Kultur trifft Kulinarik. Wir spielen vier Akte und Sie geniessen das Viergangmenü. Es gibt also nach jedem Akt etwas zu essen. Unser Krimi-Dinner mit dem Titel «Mord hat keine Kalorien» spielt in meinem nobelen Restaurant mit mir als bester Chef des Service. Mit meiner geschwätzigen Putzfrau und einer tollpatschigen Küchenhilfe. Plötzlich tauchen eine Gastro-Kritikerin und ein Inspektor auf und bringen nicht nur den ganzen Abend in das Wanken, sondern vor allem mich ausser Fassig. Wir spielen auch dieses Jahr wieder das Wetzige im Swiss-Star. Und zwar bereits am 3. und 4. September. Darum gehen Sie jetzt auf www.pachtelbühne.ch in Vorverkauf. Da sehen Sie ausserdem, wo und wann wir sonst noch spielen. Meine Mitarbeiter und ich freuen uns auf Sie. led- yemek. Ja. Da haben Sie auch noch nie. Na Lessons.